salute und herzlich willkommen auf video oder folge nummer vier wir sind wieder dabei mit ja unser besucher schläft noch der schläft noch 4 uhr morgens auf gefühlt gefühlt ist auch noch wissen möchte ich hab letzter zeit habe ich war ich kurz mal drin und hab das boot bisschen vergrößert und ein bisschen ressourcen aufgefüllt mehr aber eigentlich relativ nicht das ist das boot auch jetzt ein bisschen größer schon mal aus und auf jeder seite ist jetzt ein baum ja ja ich wollte jetzt eigentlich fragen nach ob ich wieder meinen alten job weitermachen sollte zwar ins wasser springen und sterben ich war ja noch angeln und hab noch ein bisschen nahrung geholt und hab noch eine zweite katze gekriegt nein jetzt haben wir zwei zwei katzen haben wir elgattus warte mal wo haben wir so glückskatze jetzt haben wir zwei winkelkätzchen bei unserem radio dafür dass eben kurz wasser noch mal auf aber das kann ich bei gelegenheit auch machen müssen trinken so ich mach mal ab hier jetzt kurz stopp ab hier geben wir das schwimmen wir wenn wir wieder losgehen dann nehme ich ein paddel und paddeln in die andere seite hin weißt du damit wir an der insel vorbeikommen nicht dass wir gleich bei der insel uns drehen oder noch mal so ein 20er stack gebratene rüben oder rote beede oder so sein soll rüben ja rote rüben ja hier in der nebenkiste hat den ganzen stack mitnehmen und dann noch zu trinken glaube ich habe ich jetzt auch gerade so jetzt nur noch diese haken basteln dann werde ich da gleich alles alles rausholen weil es auch was wir da unten finden also ich habe nichts dagegen wenn er das boot ist kommt er mich jetzt essen kommt er mich jetzt sagt doch im ton was ich doch nicht habe ich habe du kriegst doch gar nicht mit das interessiert dich nicht warum denn auch wenn deine restkumpane leidet ich lasse mich auf den kumpan dein armer zaskin leidet unter uns ist immer noch die insel wie groß das ist die fläche ja auch von der fläche ist das echt dick mann weil ich habe doch nur so ein köder und heiköder hast du jetzt eigentlich wieder holz ich weiß noch dass wir definitiv holzmangel hatten also ich hatte ich habe fünf stecks holz ich war jetzt schon mal alleine farben habt ihr eine ganze zeit alter ist das groß hier da wo wir den anker abgeschmissen haben oder anker ist da ist das ende der insel das ist riesig da ist eine große fläche also hier können wir wahrscheinlich gut was finden glück haben oh das ist das wieder hier mango Aber keine Mangokörner eigentlich. Mangosamen. Glaub ich jetzt nicht. So ab ins Wasser mit dir. Ne ins Wasser, das ist so dunkel zu dem Tiozeit. Schon ein bisschen beschissen ne. Na gut dann warten wir bis es wieder hell wird. Genug essen und trinken haben wir ja dabei. Aber es sieht geil aus wenn die Sonne untergeht ne. Ja das sieht schon geil aus im Endgame. Haben sie gut gemacht die Entwickler. Ja das haben sie wirklich gut gemacht. Gehen sie mal ein Lob so weißt du so ein bisschen. Auch wenn sie es nicht verdient haben. Ja wieso so ein tolles Spiel. Oh ich hab aus den einen Baum drei Kokosnüsse gekriegt. Wegen so leiden. Sonst krieg ich meistens nur eine. Na aus dem anderen Baum wieviel krieg ich daraus an Kokosnüssen? Kokosnüssen? Gar kein. Geil. So jetzt kommt der letzte Baum. Ich hab wahrscheinlich schon die Kokosnüssen von den anderen Bäumen mitgekriegt weißt du. Ja aus dem letzten Baum eine Kokosnuss? Nein keine. Ich sag doch. Das sieht auch geil aus wenn der Mond aufkommt ne. Das ist richtig episch. Auf jeden alter. Ja. Ich überleg aber grad echt ganz schön viel du. Ja solange es dunkel ist ist scheiße halt ne. Ja man warten warten warten. Na jetzt wo der Mond so hell ist könnte es doch wieder funktionieren. Ich geh mal hinten hinter der Insel mal runter. Tauchen. Na es geht. Wheelie. Hinter der Insel ist gar nichts einfach nur Abgrund. Das ist ja kacke. Alter ohne Scheiß nur vor der Insel ist etwas. Da wo das Boot ist. Nur da ist etwas. Ich hab auch grad schon geguckt. Das stimmt halt echt. Lol. That's really confusing. Ja das ist irgendwie ein bisschen scheiße also halt so ne. Ja. Bloß falsch geparkt. Ja. Da sind wir halt der letzte Hai rum. Außer wir kriegen den Hai tot. Der hat schon ziemlich viele Kratzers und so ne. Ja das ist klar. Aber ins Wasserchen. Also wir könnten versuchen den Hai zu töten und dann alles zu farmen. Und dann gehen wir wieder. Hm. Dann gehen wir weiter halt ne. Mal sehen wen er zuerst ritten. Mal sehen zu wen er zuerst kommt. Zu seinem Hai Kollegen oder zu dir. Hm. Ich hab ihn glaub ich gesehen. Oder auch nicht. Also bei mir ist er nicht. Oh. Oh. Kurz den Überlebens Tage Bratan. Läuft doch. Na kennst du gut mit dem Hai? Nein. Und du? So. Ich farme. Ah da ist der Hai also. So Bratan. Komm ran hier. Aber der hat schon ziemlich viele Kratzers also. Naja es wird Gotttag. Ach der Hai ist bei mir. Wusst du nicht wo du bist? An der Insel? Beim Floß. Uhuhu. Das war knapp. Ziemlicher Hai. Komm. Geh zu den anderen zum Floß dann. So er ist zu deiner Richtung geschwommen. Er müsste von der Richtung in der Insel aus kommen. Ja man. Perfekter Hitman. Gut. Dann töte den mal. Kann ich ihn ruhe lupen hier. Ich mach echt Teamfeind Tactics hier. Wie bei League of Legends. Ja. Oh. Ich muss kurz lauer sauerstoffen. Ne. Geh zu mir holen. Ja. In dem Mal kommen wir grad zu mir. Ja man. Er kommt grad zu dir. Aber ich hab ihn getroffen. Oh fucking solide. Jupp. Jetzt muss ich raus hier. Sonst bin ich gleich tot. Gib mal anders hin. Ich will nicht mit dir spielen. Ja man. Er kommt wieder zu mir. Geht wieder so eine. Halbe Stunde unter Wasser kam. Na ja. Nicht so. Er müsste ja gleich tot sein. Er blutet komplett aus der Fresse. Schon richtig was reingedrückt? Ja. Boah. Er kommt aus dem Riff raus alter. Ja. Das ist schon ein bisschen krass. Alter. Der macht gut Schaden man. Ja deswegen musste ich ja wieder hoch gehen. Weil der nächste Biss wär mal tot gewesen. Okay. Mein Displaysterbis ist auch der Tod Uf. Ja dann bleibt kurz an Bord. Ich dacke hier auch auf der Insel bisschen rum. Pampel mal rum. Ja. Das du wieso. So. Ich hör mal bisschen Radio. Mach das. So ein bisschen könnte ich überleben. Ja. Die Sonne müsste ja gleich wieder aufkommen. Und dann versuchen wir erstmal den Heiz zu töten. Dann können wir ganz in Ruhe alles hier looten. Weil das schon eine große Fläche ist halt ne. Von Insel bis zum Boot. Also da könnten wir wahrscheinlich gut was rauskriegen halt ne. So jetzt ist morgens. Jetzt geh ich nochmal ins Wasserchen. Ja. Schön töten. Sag mir schon wenn du im Wasser bist. Ich bin im Wasser. Ist der Hai bei dir? Ja ja. Ich koch nicht grad mit dem. Oh Gott. Hörst du das? Okay. Aber ich werd grad gegessen. Ist er schon tot? Ja. Fast tot. Ich würd abhauen. Ja. Ich seh den Moment wo er rumschwimmt. Er ist direkt an dem Boot gerade gewesen. Ja. Ich hab ihn gehört. Ja. Zu mir möchte müsste er direkt zu mir schwimmen. Komm jetzt wo ich mit dem Sperr im Wasser auf dich warte. Weißt du dann kommt der Wichser nicht. Das ist doch. So du ist einfach klasse. Dann pack deine Sachen einfach in der Kiste und versuch ihn zu töten. Sonst bauen sie ein Bett wieder. Sars. Ja? Komm. Alter. Du bist ja richtig reingesprungen in ihn. Ja man. Ja man. Ich komm mal mit rüber. Ich versuch mal mit zu töten. Ach alles gut. Ich mach nur mit El Dogo hier. Wie auch immer der heißt. Ich hab mir so viele Namen nicht. Der hat keinen Namen mehr. Der hat keinen Namen mehr. Der andere ist schon gestorben. Warte. Oh er ist tot. Sag ich doch. Ich hab doch gesagt, dass er nicht mehr viel Leben hat. Ich hab im Laufe der Zeit ja schon ein bisschen penetriert. Ziemlich gut sogar. So. Es wird Licht. Steine. Steine. Steine will ich nicht. Da ist noch was. Wo sogar Eisen. Das ist auch Eisen hier ne. Ja. Metall. Und auch. Da wird auch. Ein guter hat das ja. Das können wir richtig schön, alles dicke, glückliche, looten. Nur weil der Zaskalé den Haag gedötet hat. Wer hat die Vorarbeit gemacht? Du nicht. So ein Lachen. Auch jetzt. Wer denn sonst. Ach. Ob du überhaupt arbeiten könntest. sagt der richtige barotzer du dass ich ein radio auf die schulter schneiden und schreit ich habe ein ghettoblas seiner hand doch komm schon das radio ist doch klasse ansonsten lange dauert es bis der high wieder da ist naja ich gehe in der zeit nach unten looten ja schön oh da ist noch mehr oh hier ist aber gut was echt ich sehe immer nichts ich sehe immer nur steine rumliegen ja ich weiß es auch ich bin unter wasser und höre die möwen ich sehe aber auch fast hier nur steine schrott oder stein ich glaube bis der nächste high kommt bis dann sollten wir eigentlich fertig sein hier oder ja hoffentlich ja oder er muss auch noch sterben du machst das ja dann eine ganze folge und wann kann man zuschauen wie der zask gegen den high kämpft ja wieso nicht ich sammle auch den ganzen schrott mit ein oh hier ist noch mehr ich werde wahrscheinlich den ersten bisschen gleich abkriegen ich werde ich konnte ihm gerade entkommen und das verdorste ich ja ja passiert jetzt ist er bei mir ja 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 hast du irgendwie ton ich hab 7 mal ton und 3 mal sand werf ich dir hin ja da ja da gleich doch mit dem finger drauf ich kann noch mal drei stück bauen ja, ganz in Ordnung das ist auch gleich wieder weg na, wo dackelt denn der Hei gerade rum ach so, hier was ich übrigens noch abgefarmt hab bitte oh, der ist sogar noch besser mach grad kurz mal ein bisschen Grillmeister mit der Mocke hier kannst du den nicht hier auf den rechten Tisch stellen, das Radio nein würde viel geiler aussehen oder kann ich das nein, kann ich nicht so, ich bin mal ha, genau getroffen so, mal gucken wie kann man den Paddel Paddel, 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 Paddel so später wenn das Boot natürlich fertig ist ist es egal, ob wir mal gegen eine Insel fahren oder so da haben wir dennoch den ganzen Strom immer drin weißt du so, freig oh, wie die oh, Corona hast du noch ein bisschen Holz für mich zum Braten hier ja, gebe ich dir jetzt das nächste raufpacke hier danke eine Fliege eine Fliege da liegt der Bratan, ich habe sie erwischt, er legt Master Jäger 1 Boah, Alter, ich habe einen Holzmangel, wo geht dann das hin, Alter? ah, das ist schon heftig aber jetzt haben wir wieder ein bisschen Loot durch den Lootstrom hier oh, die nächste Tod, willst du nicht mal die Mühe abernten? ich habe volles im Winter, aber mir klappt das nicht mehr mit allem Scheiß drinne, das muss ich mal aufräumen musst du es mal machen du musst mal so ein Lagersystem bauen, dann bin ich bis zu ja, wenn alles steht und sobald es die Breite hat, werde ich in der Mitte ein Haus entstellen wo an den Seiten auch Kisten sind, wegen Lager und so alles und dann kommen auch Schilder dran und dann wird auch alles, ne? aber bis dahin musst du leider dich ein bisschen gedulden äh, ja, warte, ich guck mal, bis dahin also die Federn kannst du mal wegschmeißen ja das mache ich auch immer gut das ist mir echt zu zämlich also von den, äh, trocken Stiegel haben wir jetzt acht Stück, ey nicht schlecht nicht schlecht ich mach der mit das kommt auch gleich noch hm 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 Oh, ich bin wieder da. Mach das. Ich bin wieder da. 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 Ich bin wieder. Ich bin wieder da. Ich bin wieder. Ich bin wieder da. 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 Ich bin wieder. Ich bin wieder da. 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 Ich bin wieder da.